in einem unerwarteten zwischenfall sind wir hierher zurückgekommen wir haben schrifträume für unseren wertvollen schmiedezauber hinterlassen aber wir haben die anweisung von erzmagiatäre gekriegt weder licht noch dunkel magie zu wirken die nekrochemie schriftrolle wurde zerstört zum glück ist es die einzige schriftrolle gerad alicia ich kann es nicht warten dich wieder zu sehen ich habe dich vermisst meine geliebte ehefrau borg feland amadatias schmiedemeister übel also ja hier gehen echt üble sachen vor sich und ja das hier wird die forge sein oder entweder das hier oder hier hallo schleim ja schleim du kannst ruhig sterben so mal ein kill von ihr save ist gut na komme hier oh vergiftet es sieht aus als ob du ein bisschen spät auftauchst die amadatiens sind nicht rechtzeitig weggekommen wir haben uns wir haben beschlossen sie für eine weile hier festzuhalten wir haben beschlossen sie eine weile zu beobachten wie sie sich winden und jammern beeile dich nun ja hier ist kein weg weiter ernsthaft ach du totaler panik modus totaler panik modus ok licht aus ist nicht so schön ja komm ruhig her du ouch ouch so heilung ist abgeklungen auch ein mal von den caps sicherheitshalber noch mal eine heilung einwerfen ja du kannst ruhig schießen erst mal abstürzen will ich erst mal vermeiden eigentlich möchte ich erst mal wieder hier raus aus au an den wänden ist nichts da war noch einer meiner pfeile hier sehe ich auch nichts bleibt mir wohl nichts anderes übrig bevor ich bevor klappt lp 017 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 Zurück halt mein Dings dagegen. Hoffe ich mal. Nein. Laden. Okay. Das aktivieren. Dann gehen wir halt hier mal runter. Oh. Oh. Komm ruhig. Soviel zu dem Giftspucker. Äh, bitte, da darf jetzt nicht noch einer kommen. Oh, na Mensch, Schlüssel. Hm. Oh, hi. Du bist auf jeden Fall. Nicht annähernd so nervig. Das ist echt hier ziemlich verwirrend mit den ganzen Biegungen. Na toll, ich höre den anderen gerade auf der anderen Seite rumlatschen. Okay, er giftet gar nicht mal so schlecht. Und er hat sogar ihren Vergiftet. Ah, sehe ich nicht so gut finde. Und ein Level Up für sie. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Feuermagie habe ich nichts. Eismagie hätte ich nichts. Magic Arrow. Stuff Defense, würde ich mal so sagen. Was willst du jetzt? Auszunerven. Oh, Essen. Essen ist gut. Jetzt aber zurück zu ihrem Level Up. Würde ich sagen. Drei Punkte hier rein. Einen Eismagie erstmal. Jetzt könnte sie leichte Rüstung tragen. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ich mische ihm mal sicherheitshalbernen Heiltrank. Weil bis jetzt haben wir ja von den Kräutern noch nicht viel benutzt. Ein Schädel wieder für dich. Und damit wissen wir schon mal, dass hier nichts ist. Und damit wissen wir schon mal, dass hier nichts ist. Da drüben höre ich Schnecken. Und hier geht's hoch. Ah ja. Sehr cool. Ich bin wieder hier. Ich markiere mal hier die Schmiede. Weil ich immer noch glaube, dass das eine Schmiede ist. Oh, und da ist ein Schlüsselloch. Das habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Ein Versuch Sammions. Ich bin abbekend. Vielen Dank.